Hallo und herzlich willkommen bei der Gottlieb Nestle GmbH. Mein Name ist Tino Erhard. Gerne stelle ich euch heute unsere Aluminium Prismenstäbe vor. Wir haben für euch drei Größen der Aluminium Prismenstäbe im Programm. Die gängigste Größe verfügt über einen teleskopierbaren Arbeitsbereich von 130 bis 215 cm. Hier bieten wir die Stäbe PA1 und PA3 an. Diese gibt es mit einer Schraub- oder einer Druckklemmung, je nach Wunsch. Im Normalfall beträgt der Skalenversatz 14 cm in der Höhe. Dazu passend bieten wir euch natürlich alle gängigen Adapter für die jeweils benötigten Prismen an, um die Differenz-Kippachse-Reflektor auszugleichen, egal mit welchem System ihr gerade arbeitet. Hier ist jeweils ein gewünschter Adapter bereits im Lieferumfang enthalten. Zudem könnt ihr auch eine Variante mit einem festen Zapfen für Leica Prismen mit Zapfenanschluss bestellen. Für eine niedrigere Arbeitshöhe haben wir zwei weitere Prismenstäbe anzubieten. Diesen gibt es wahlweise ebenfalls mit einem 5,8 Zoll Anschluss oder einem Leica Zapfen. Zudem ist der Stoß gedämpft. Für die Midi Prismenstäbe kann ich euch gleich noch unser passendes Mini-Fluchtstab-Stativ ans Herz legen. Und wir haben unsere Mini-Stäbe. Midi- und Mini-Stäbe eignen sich für Absteckarbeiten im Boden-Nasen-Bereich. Da wir uns Gedanken gemacht haben, bieten wir euch auch noch Verlängerungen in 10, 30, 50 oder 100 cm an. Zwei Dinge möchte ich euch unbedingt noch mitgeben. Zum einen verfügen alle unsere Prismenstäbe über eine speziell gehärtete Hartmetall-Spitze. Welche für die beste Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen Strahl-Spitzen steht. Zum anderen möchte ich auf unser spezielles Laserdruckverfahren hinweisen, durch welches die damit aufgebrachten Skalierungen vollkommen abbrieffest sind. Bei Fragen klickt bitte auf den Link. Viele Grüße aus Dornstetten, euer Tino. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.